Apple hat neue iPads vorgestellt. Ja, wer hätte das gedacht angesichts der Gerüchtelage, die im Vorfeld kursierte? Das erste Event des Jahres, es fand tatsächlich im Mai statt, ein ungewöhnlicher Monat. Aber es war so einiges ungewöhnlich an diesem Event, unter anderem auch, wo das Hauptevent war, wo Medienvertreter eingeladen wurden. Deshalb melde ich mich heute hier aus London und darüber sprechen wir jetzt im Mac & i-Podcast. Und damit herzlich willkommen bei mir heute an ungewohnter Stelle bei dem lieben Leo an gewohnter Stelle. Hallo Leo, grüß dich. Hallo Malte. Ja, schön dich zu sehen und zu hören. Auch wenn du so ein bisschen britisch aussiehst und britisch klingst heute, ist einem wahrscheinlich den Umständen geschuldet. Ich hoffe noch nicht, dass das eine Analogie ist zum britischen Essen jetzt, aber ja. Ich will gar nicht wissen, was du heute schon zu dir genommen hast. Es geht tatsächlich. Also ich kann nicht klagen, aber du kennst ja die Klischees. In New York gab es offensichtlich irgendwelche so Kaffeehäppchen, habe ich irgendwo gelesen heute bei dem Briefing, also bei dem Überveranstaltungen, die Apple in New York abgehalten hat. Die machen ja in London offensichtlich mit europäischer Presse und dann eben in New York auch mit der US-Seite. Und da gab es irgendwelche Kaffeehäppchen. Es ist tatsächlich so, es sind nicht nur die Europäer hier in London, sondern London, das habe ich mir sagen lassen, war eigentlich das Hauptevent, wo jetzt Berichterstatter eingeladen wurden. Also wir haben ja auch sehr viele Journalistinnen und Journalisten aus Asien vor Ort, Australien. Also sind wirklich einige extrem weit angereist, um hier in London dabei zu sein. Ja, okay. Ja, das erklärt auch die ungewöhnliche Uhrzeit, die ja heute dieses Event dann war. Das hatten wir ja wirklich in dieser Nachmittagsevent, ist ja wirklich eine absolute Seltenheit. Ja, ja, in der Tat. Also das, gut, wir hatten jetzt im Oktober das Scary Fast Event, war ja auch zu einer ungewöhnlichen Uhrzeit. Aber das erklärte sich ja noch so ein bisschen daraus, dass es eben Halloween war und dass man Halloween ja nun eben nicht irgendwie morgens um zehn unbedingt feiert. Und dass Apple dann gesagt hat, man macht es am amerikanischen Abend, war ja nachvollziehbar. Jetzt diese 16 Uhr, ja, die waren vielleicht so ein bisschen eben auch dem asiatischen Raum geschuldet, weil es einfach eine interessantere Uhrzeit dann war, um so ein Video zu streamen und dass dann eben mehr Menschen das dann mitverfolgen können. Ich meine, die Kalifornier, die mussten ja wirklich ganz früh aufstehen. Ich glaube, sieben Uhr oder wie spät war das da? Ja, da muss es sehr früh gewesen sein. Naja, aber netterweise hattest du ja jetzt gleich die Gelegenheit, nicht nur dir das Event anzuschauen, wie wir alle auch, sondern natürlich im Nachgang auch gleich mal einen ersten Blick auf Hardware zu werfen. Und vielleicht steigen wir doch erst mal mit so deinem ersten Eindruck ein, den du da mitgenommen hast, nachdem du ja einfach mal so durch die Gänge bist ja praktisch in diesem Bett. Also ich weiß nicht, wo das Hands-on war, aber ansonsten eben in Apples ja noch relativ frischem Hauptquartier da in London spaziert und hast die Hardware da gesehen. Also halt iPad Air und iPad Pro vor allem und natürlich auch das neue Zubehör. Das war tatsächlich alles hier in der Beta-C Power Station, also diesem früheren Kraftwerk, was ja umgebaut wurde zu einem Einkaufszentrum. Es wohnen auch einige hier und Apple hat eben seine Europazentrale hier drin in einer typischen Apple-Architektur, also so ein ganz großer Lichthof. Da waren dann auch Sitzreihen aufgebaut, eine riesige Leinwand, wo das Event dann, wo das Video gestreamt wurde. Und dann gab es auch einen Raum, der war direkt an der Rückseite gelegen, wo dann halt eine Hands-on-Area aufgebaut wurde. So diesem typischen Stil, wie man das vom Apple-Store kennt. Diese schönen Holztische und dann waren halt Apple-Mitarbeiter da, die haben dann diese Geräte dann mal so ein bisschen demonstriert haben. Also ja, und das Witzige ist, mein erster Eindruck war, ein alter Bekannter und etwas ganz Neuartiges. Und du wirst wahrscheinlich schon erraten, wer der alte Bekannte war. Das iPad Air kam mir extrem vertraut vor, obwohl es ja nun in Anführungszeichen neu ist. Während das neue iPad Pro, muss ich sagen, fand ich schon sehr faszinierend. Also hatte ich länger nicht mehr, dass ich so spannend, das fand eben allein den Anblick schon eines Apple-Gerätes, dass der sich so signifikant verändert hat. Ja, ist interessant. Man konnte es ja von der Keynote oder aus dem Livestream schon erahnen, dass es natürlich deutlich anders ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der direkte Kontakt mit der Hardware da nochmal einen ganz anderen Eindruck vermittelt, wie dünn das Gerät jetzt eigentlich geworden ist. Weil das, klar, du siehst es im Bild auch, okay, ist dünn, aber du kriegst ja keine haptischen Übermittlungen davon, wie dünn das dann tatsächlich ist. Ja, das ist genau das. Also diese Millimeter-Angaben, für mich sind die immer recht abstrakt. Das ging mir bei den Apple-Watches immer schon so, wenn über größere Displays gesprochen wurde. Und das ist bei der Dicke von Geräten nicht anders. Aber wenn du dieses Gerät tatsächlich vor dir hast, war ich schon recht fasziniert, wie dünn das tatsächlich ist. Und auch diese Kombination mit dem neuen Magic Keyboard, was ja laut Apple auch nochmal dünner geworden ist gegen den Vorgängermodell. Also einer der größten Kritikpunkte beim iPad Pro war ja immer, dass wenn du das mit der Tastatur zusammen benutzt hast, dass es ja eigentlich so dick war wie ein MacBook Pro, dass also dieser Vorteil der Kompaktheit, den das iPad ja mal inne hatte, eben nicht mehr so zum Tragen kam. Und ich glaube, die Karten werden mit diesem iPad Pro neu gemischt an der Stelle. Ja, also das neue Magic Keyboard sieht in der Kombination natürlich schon auch sehr schick aus. Also das Aluminium und das größere Trackpad und also jetzt auch nur von den Bildern gesprochen. Und natürlich die Funktionstastenleiste sind schon Sachen, wo man einfach sagt, ja, also es waren Fehlstellen halt an der Hardware, die ja relativ teuer auch war als Zubehör und auch auf der anderen Seite so essentielles Zubehör waren für jeden, der das iPad Pro wirklich viel benutzt hat, glaube ich. Und natürlich jetzt nicht irgendwie ein Maler, Künstler, Zeichner, Illustrator war, der brauchte dann auch die Tastatur. Und damit, dass die jetzt offensichtlich so wirkt, als wäre sie massiv verbessert worden, ist sicher ein Schritt nach vorne für das Pro-Modell. Gut, ich meine, wir sehen natürlich da teilweise Innovationen, die daraus besteht, dass sie etwas wiederholt, was ja eigentlich bei mobilen Computern Standard war. Funktionstasten sind ja im Grunde genommen nicht jetzt so eine kolossale Neuerfindung. Richtig. Sondern ja eher Ausdruck davon, dass Apples Idee, dass man die nicht mehr braucht, augenscheinlich in der Realität nicht standgehalten hat. So wie ja auch Apples Vorstellung, dass ein iPad Pro nur mit dem Finger gesteuert wird, eben ja dann auch aufgehoben wurde, als man damals dann das Magic Keyboard mit dem Trackpad brachte. Und dann plötzlich Maussteuerung in etwas abgewandelter Form ja auch auf dem iPad Einzug gehalten wird. Also das sind, glaube ich, schon Learnings, die Apple einfach gemacht hat und die sie jetzt dann in Produkte übertragen. Aber ja, also ich sage mal, in der Fertigung, wie sie Dinge machen bei der Materialauswahl, das sind schon Dinge, glaube ich, die auch sehr stark gespeist werden durch Nutzerfeedback, wo einfach eben geguckt wurde, was hat den Leuten gefallen und was hat sich nicht so gut materialisiert und dass man dann danach gebessert hat. Um nochmal zu diesem sehr, sehr dünnen Gehäuse vom iPad Pro zurückzukommen. Hast du schon gesehen, wie der Apple Pencil jetzt aussieht, wenn er auf der Seite von dem Gehäuse hängt? Weil der ist ja, der Stift ist ja jetzt nicht so super schlank. Und in Kombination mit dem sehr dünnen Gehäuse ist bei mir etwas die Sorge aufgekommen, dass man diesen Stift jetzt nahezu runterpustet, wenn man ihn nur schief anschaut. Ja, die Standfestigkeit ist sicherlich ein Punkt, den man in der Realität, wenn wir Tests machen können, nochmal genauer betrachten muss. Das ist ja immer auch ein bisschen so eine, ich möchte nicht sagen Laborsituation, aber schon eine ziemlich ideale Situation, die ja immer in solchen Hands-on-Areas bei Apple geschaffen wird. Und grundsätzlich habe ich aber den Eindruck, dass der schon recht stabil saß. Also es war ja so, dass dann eben dann in diesen Demos auch gezeigt wurde, wie mit dem Pencil einerseits agiert wurde mit seinen neuen Funktionen, aber andererseits, wie er dann auch wieder angehaftet wurde zum Aufladen. Und ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass der jetzt besonders anfällig war, runterzufallen. Aber wie gesagt, all das immer, bin ich immer sehr vorsichtig, immer unter Vorbehalt tatsächlich der tatsächlichen Alltagstests. Ja, das ist richtig. Optisch, aber auch optisch sah es nicht völlig verquer aus, dass dieser doch ja Stift jetzt auf dem sehr dünnen Gehäuse saß, sondern das war offensichtlich, fühlte sich dann auch relativ normal an. Oder ist dir nicht irgendwie negativ aufgefallen? Nein, ist mir tatsächlich nicht negativ aufgefallen. Ich glaube, der Spielraum ist jetzt aber auch auf null. Also du kannst jetzt nicht das iPad noch dünner machen. Und dann wird es tatsächlich schwierig. Dann ist auch sicherlich die, ich weiß nicht, vielleicht ist die Kontaktsituation fürs Laden dann auch irgendwann technisch schwierig, dass du dann zu wenig Ladefläche hast oder so, keine Ahnung. Also das, ja, da ist jetzt das Ende der Fahnenstange, buchstäblich. Ja, wir sind ja jetzt in die komische Situation geraten, dass das iPad Pro dünner und auch leichter, wenn ich mich richtig erinnere, ist als das iPad Air, was zumindest, was so die Produktnamen angeht, jetzt ein bisschen schwierig ist. Aber es ist natürlich nachvollziehbar, dass sie ja offensichtlich diesen massiven Sprung jetzt gemacht haben, was die Hardware angeht beim Pro, muss man einfach so sagen. Also technisch ist das sicher extrem beeindruckend. Also ich bin sehr gespannt, auch die Hardware mal in Händen zu halten, muss ich sagen. Ja, das ist in der Tat. Also dieser Airbegriff, es ist nicht neu, dass der sich ja eigentlich nicht mehr wirklich speist jetzt daraus, dass das Gerät besonders dünn ist, sondern das war so am ganzen Anfang der Geschichte ja mal so. Später habe ich den Eindruck, es ist ja eher, dass es ein bisschen mehr Luft im Portemonnaie schafft, einfach dadurch, dass ich dann Rohsachen dann mit ein bisschen Verzug dann eben zu einem günstigeren Preis bekomme. Und das sehen wir ja auch bei der größten Innovation, dieses iPad Air. Das ist ja tatsächlich die Größe, dass man jetzt eben ein iPad Air in 13-Zoll-Format kaufen kann und muss jetzt nicht mehr ein iPad Pro kaufen, wo man gar keine Pro-Bedürfnisse sonst hat. Das ist sicherlich ein Vorteil. Aber ansonsten ist Apple sich da, finde ich, verblüffend treu geblieben. Also die Neuerfindung des iPad Air, die manche ja gemutmaßt haben, die hat da, fand ich, nicht so wirklich stattgefunden. Ja, kommen wir mal richtig zum iPad Air. Das Interessante ist ja, dass das iPad Air an und für sich eine überschaubare Menge an Neuerungen jetzt mitgenommen hat. Also so wie du eben schon sagtest, weil wir sind jetzt natürlich auch sofort beim iPad Pro gelandet, weil das halt das offensichtlich neue Gerät war und eine ganz andere Form von Sprung gemacht hat, während das iPad Air ja plus minus so aussieht wie vorher. Und wir natürlich diese zusätzliche Option bekommen haben und Apple endlich davon abgerückt ist, diese schiefen Größen auch zu nennen, sondern einfach sagt, es gibt ein 11-Zoll-Modell und es gibt ein 13-Zoll-Modell. Und das ist natürlich erst mal schön, dass man jetzt die Auswahl hat, so wie sie es halt beim MacBook Air auch machen, 13-Zoll-15-Zoll und MacBook Pro 14-Zoll-16-Zoll. Und jetzt hast du halt bei den iPads auch diese Zweierkombination. Und das ist natürlich sicher reizvoll für Leute, die ja bis jetzt für ein 13-Zoll-iPad halt immer zu dem doch sehr schnell, sehr teuren iPad Pro greifen mussten. Ja, sehe ich genauso. Ich sehe das ein bisschen in Analogie zum iPhone, wo man ja auch mit der Plus-Variante ja auch die Möglichkeit geschaffen hat, dass man eben nicht mehr jetzt ein Pro Max kaufen muss, um das größte verfügbare Display zu haben. Aber dass trotzdem die Richtung schon so ist, wenn du wahre Innovationen suchst bei Apple, wirst du zunehmend in das Pro-Segment dann geleitet. Also Apple begreift diese sogenannten Consumer-Modelle tatsächlich als die Sachen, wo man halt etablierte Funktionen für einen Massenmarkt vereinigt. Das sind sozusagen die Cash-Chaos. Beim MacBook Air ist es ja relativ ähnlich. Klar haben wir dann Redesign gesehen, dass das Gehäuse irgendwann diese Keilförmigkeit abgelegt hat und jetzt dann eher dem MacBook Pro in dünnerer Form dann ähnelt. Aber trotzdem ist es ja auch eher ein konservatives Modell, während man eben beim MacBook Pro schon immer mal die größeren Entwicklungsschritte sieht, wo Apple wirklich was Neues ausprobiert. Und so haben wir das jetzt hier bei diesen iPads auch gesehen, finde ich. Ja, weil abgesehen von diesem jetzt größeren Modell, was halt optional da ist, zu dem man greifen kann, wenn man den Aufpreis bereit ist zu zahlen, ist ja ansonsten die größte Änderung, wenn man so will, ist ja gut. Wir haben auch da natürlich den Sprung vom M1 zum M2-Chip. Kann man sagen, okay, wird beim iPad vielleicht nicht allzu großen Unterschied machen, außer man hat einen sehr spezifischen Anwendungsfall, um das auszureizen. Aber ansonsten ist ja die größte Neuerung letztlich die Kamera, die halt endlich genauso wie was beim iPad, das iPad 10 hat das ja schon vorgemacht, lustigerweise vor anderthalb Jahren oder wie lange das schon her ist, dass die Kamera halt endlich von der kurzen Seite an die lange Seite gewandert ist und damit halt ein viel natürlich, oder zumindest gehe ich davon aus, dass es ein viel natürlicheres Bild bei Videokonferenzen liefert, als halt dieses sehr ungünstig, man hätte es praktisch hochkant immer halten müssen für Videokonferenzen und das hat ja kaum jemand gemacht und damit war die Kamera eigentlich immer an der falschen Stelle gewesen. Jetzt ist sie an die richtige Stelle gerückt, ist eine kleine, aber zugleich auch sehr große so eine fundamental wichtige Änderung, wenn man halt viel mit Videokonferenzen arbeitet. Ja, man belächelt solche Veränderungen immer sehr stark, weil sie natürlich ja vermeintlich klein sind, die Frage einer Kamera. Ich meine, für Apple war es tatsächlich offenbar ein Problem. Sie haben ja damit angefangen beim iPad der 10. Generation und dort ja auch mit Abstrichen beim Pencil, die möglicherweise da zusammenhingen mit der Frage des Aufladens und so. Diese Probleme, diese Ingenieursprobleme, haben sie den Griff bekommen, ja, wie es den Anschein hat, dass sie das jetzt darstellen können. Aber ja, ich gebe dir recht, das sind tatsächlich Sachen, die im Alltag, und du kaufst so ein iPad ja meistens auch für sehr lange Zeiträume, dich tierisch ärgern können, wo du einfach so denkst, aufwendig. Insofern ist das echt ein Benefit. Ich glaube, ein ähnlicher Benefit ist, dass die Speicherauswahloptionen beim Air auch etwas verbessert wurden, weil ich glaube, dass da jetzt auch nachhaltiger so ein Gerät gekauft werden kann, wenn ich jetzt höhere Speicherausstattung auch haben kann. Weil das ist ja auch der Wunsch, den viele haben. Sie kaufen sich ja ein iPad ja nicht, um es in zwei Jahren wieder austauschen zu müssen, weil der Speicher knapp geworden ist, sondern ja im Idealzustand so, dass man es fünf Jahre oder länger wirklich dann ja einsetzen kann, ohne irgendwelche Nöte zu verspüren. Ja, ich frage mich, ob ich Apple dafür wirklich loben soll, weil dieses 64 GB Modell, was das iPad Air Einstiegsmodell bis jetzt war, das war schon so ein bisschen eine Unverschämtheit auch. Also insofern, die 128 sind okay. Deshalb, ich bin damit zufrieden. Es ist ja auch so, dass der Euro-Preis ein bisschen runtergegangen ist. Insofern will ich da nicht allzu böse das kommentieren. Das ist okay so an und für sich. Und man kann halt jetzt auch sagen, das Basismodell des iPad Air ist jetzt halt einfach gut kaufbar. Mit den 128 GB kommt man, glaube ich, klar. Es ist immer noch am unteren Ende, aber wird man zurechtkommen in den meisten Fällen. Ja, ich wollte das jetzt auch nicht als Lob verstanden wissen, sondern tatsächlich nur Anerkennung in Anführungszeichen. Also dass Apple tatsächlich jetzt mal von dieser Linie etwas abgewichen ist, weil die war ja bislang eben ja häufig eben so, in der Tat sehr niedrige Basisausstattung, sodass du eigentlich ein teures Gerät eigentlich kaufen musstest für den durchschnittlichen Verbraucher, weil der einfach dann damit nicht klarkommt. Und zum anderen aber eben auch, dass man die Consumer-Modelle eben auch dann abgegrenzt hat, dass man oben schneller gekappt hat, was den Ausbau des Speichers angeht. Dass du eben dann, wenn du bestimmte Speicherausstattung haben wolltest, musstest du auf Pro gehen, egal ob du den Rest vom Pro-Gerät brauchst. Und ich glaube, dass gemessen an den Fähigkeiten, die Apple ja bewirbt, dass zum Beispiel der M2 ja auch wunderbar geeignet ist, um jetzt als Creator vielleicht zum Beispiel Videos zu machen, was junge Menschen machen. Aber dann, wie weit kommst du, wenn du dann irgendwo bei 256 Gigabyte dann einen Schluss hast mit Speicher? Und du hast auch, ich weiß nicht, wie die Erweiterungsmöglichkeiten da jetzt konkret sind, aber so toll sind sie eben am iPad ja eben nicht. Und vor dem Hintergrund trägt man da der Realität, glaube ich, mehr Rechnung, was aber ja auch in Apples Sinne ist, weil andernfalls könnte dann so ein Gerät auch einfach gar nicht dazu verleiten, dass man es kauft. Ja, es ist interessant, dass sie ja jetzt mit Final Cut, was sie ja nebenbei einfach auf dem Event auch noch vorgestellt haben, also Final Cut Version 2, Final Cut Pro Version 2, die ja auf dem iPad dann auch die Möglichkeit gibt, eben mit externen Speichermedien zu arbeiten, was ja ein sehr großer Kritikpunkt bis jetzt an der iPad-Version gewesen ist. Und natürlich in Kombination mit dem kleinen Speicherplatz, weil ich meine, natürlich, du kannst ja auch ein 1-Therabyte- und 2-Therabyte-iPad kaufen, aber die Preise sind halt wirklich wild, die diese sehr hochkonfigurierten iPads dann abrufen, gerade das Pro-Modell. Also da bist du ja schnell wirklich in einem Terrain, was jenseits von gut und böse ist. Und insofern, wir kommen da so, bewegen uns auf, glaube ich, einen Mittelweg zu, dem man akzeptieren kann. Und deshalb ist das beim iPad Air auf jeden Fall erfreulich gewesen, dass sie es nicht nur davon jetzt, nicht nur besser vom iPad Pro abgesetzt haben, weil das iPad Pro halt zumindest der Euro-Preis ein bisschen teurer geworden ist nochmal, sondern dass sie es auch davon abgesetzt haben, weil halt das iPad Air im Basismodell einfach attraktiver geworden ist, sowohl vom Preis als auch von der Speicherkonfiguration. Es ist einfach ein iPad geworden, was man, sagen wir mal, mit besserem Gewissen empfehlen kann als das Vorgängermodell, was halt immer so ein bisschen, es ist eigentlich ein Tick zu teuer, es ist eigentlich ein Tick zu niedrig ausgestattet. Wenn man die 256-Gigabyte-Version nimmt, die ja der einzige Sprung damals war für die erste, also für die M1-iPad Air-Generation, dann war es zu teuer unter dem Strich, weil dann kann man sagen, okay, greifst du gleich zum iPad Pro und jetzt sind wir, glaube ich, in einer sinnvolleren Produkt-Schiene gelandet. Meine Befürchtung, die immer so ein bisschen mitschwingt, wenn Apple so spendabel plötzlich ist bei Speicher oder mit einem 13-Zoll-Gerät dann erlaubt, dass sie sich damit auch wenn nicht für dieses, aber zumindest für künftige Modell-Generationen auch einen gewissen Freiraum schaffen, die Preise bei den Pro-Geräten hochzusetzen, weil sie ja leichter argumentieren können, dass sie eben nicht so viele Nutzer damit ausschließen, sondern dass sie eben ja sehr viel dann unter dem Dach des Air versammelt haben. Ich meine, das ist jetzt spekulativ, das ist in die Zukunft gerichtet, aber das sind so Überlegungen, die ja schon eben auch darauf fußen, dass man ja eben auch beim iPhone sehr stark sieht, wie Apple ja immer mehr in Richtung Pro kanalisiert und beim Pro eben auch versucht, den größeren Umsatz dann auch zu erzeugen, um eben, sagen wir mal, das Fehlen von großen Wachstumsmärkten ja auch ein Stück weit zu kompensieren. Ja, was ich beim iPad Air ansonsten noch interessant fand, war, dass sie, oder nicht spezifisch beim iPad Air, sondern ein Detail oder eine Zahl, die Apple bei der Vorstellung des iPad Air fallen hat lassen, nämlich, dass 50 Prozent oder plus minus die Hälfte der Käufer beim Pro-Modell bis jetzt zu dem größeren der beiden gegriffen haben, also zu diesem 13-Zoll-Modell. Und natürlich wird da die Hoffnung bei Apple verknüpft sein, dass auch beim iPad Air halt ein gewisser Prozentsatz, ein größerer Prozentsatz vielleicht zu diesem großen Modell, zu dem neuen großen Modell greift. Ich bin halt gespannt, weil wir ja gesehen haben, dass bei den iPhones das so ein bisschen schwierig war offensichtlich, sowohl mit dem Mini früher und dann mit den Plus-Modellen, aber auch, also ich meine, wir haben nur Schätzungen natürlich zu den Verkaufszahlen und wie prominent halt die jeweiligen Modelle sind, aber da sieht man immer, hat man immer das Gefühl gehabt, das Plus-Modell wird sich schon verkaufen, aber es ist halt nicht so der Überhit. Und ich weiß nicht, ob dieses 13-Zoll-iPad irgendwie mehr als ein Nischen-Dasein fristet. Das ist eine berechtigte Frage, finde ich. Also ich glaube, beim iPhone ist der Unterschied vielleicht der, dass ein iPhone eher auch zum Erzeugen von Inhalten gebraucht wird, sprich, dass die Kamera, die beim Pro Max besser ist, auch ein sehr gewichtiger Punkt ist für viele, zum Pro Max zu greifen und weshalb sie für ein Plus ist halt immer noch sehr teuer und die Abstriche aber bei den Kameras sind ja schon deutlich und dass sich das vielleicht abschreckt und du dann sagst, dann investiere ich lieber in einen Pro Max und setze meinetwegen eine Modellgeneration aus, um dann dieses Geld wieder zu kompensieren. Bei einem iPad, bei dem ich unterstellen würde, dass es häufig eher, sag mal, wer nur wegen des großen Bildschirms gekauft hat und die Pro-Funktion nicht braucht, nimmt es als Konsumier-Device. Ich muss ganz offen sagen, bei mir ist es auch sehr häufiger Use-Case, dass ich immer einfach Filme und Serien darauf angucke und dann eben wertschätze, dass ich diesen riesen Bildschirm habe. Und vielleicht ist das tatsächlich ja eben eine andere Gemengelage, dass das iPad sich dann eben besser verkauft aufgrund dessen. Ja, hast du noch was zum iPad Air? Ich glaube, das iPad Air ist damit ausführlich behandelt, weil mehr gibt es eigentlich, was zumindest spezifisch jetzt das iPad Air angeht, eigentlich nicht unterm Strich. Nee, ein paar nette Farben halt noch, aber es ist tatsächlich, muss man ja sagen, Apple ist relativ farbmüde geworden. Das haben wir jetzt ja gesehen bei diesem Event. Also Farben, die Frühlingsfarben gab es ja dies Jahr nicht und auch so die Auswahl der Farben fand ich jetzt, stand nicht so ganz im Fokus wie früher mal. Und die waren wahrscheinlich, du hast es ja vermutlich gesehen, waren ja auch ähnlich dezent bis unsichtbar, wie jetzt auch schon beim ersten iPad Air, beim M1, ich sage immer ersten iPad Air, aber ich meine immer das M1 iPad Air, weil da waren ja auch, ich meine blau und so weiter. Und ja, also man sieht schon, dass da irgendwie so ein Hauch blau mal vorbei ist an dem Gerät, aber es ist nicht gerade das leuchte, nicht gerade das intensivste Blau. Nein, sagen wir mal so, sie knallen nicht, was die Farblichkeit angeht. Ja, noch, noch weniger knallen, was die Farblichkeit angeht, die iPad Pro Modelle, die es einfach nur in, in dezenten, gradizenten Silber- und Grautönen gibt. Aber dafür knallt das iPad Pro dann hoffentlich ja in anderer Hinsicht. Und eine Sache, die sich tatsächlich bewahrheitet hat und die vorher ja auch hauptsächlich durch Bloombergs Mark Gurman rausgetragen wurde, ist, dass Apple tatsächlich auf einmal diesen M4 Chip aus dem Hut gezaubert hat oder zumindest ins iPad Pro gezaubert hat und als einen der großen Punkte heute auch eingeführt hat. Ich war einer der größten Skeptiker, was diesen M4 anging, weil ich mir das nicht so recht vorstellen konnte. Es wurde ja im Vorfeld spekuliert, dass das iPad Pro ja jetzt sowieso später gekommen sei, dass Apple das schon früher vorhatte, im März womöglich gar und das wäre ja ein halbes Jahr gewesen, nachdem ja Ende Oktober der M3 überhaupt erst vorgestellt wurde und der M3 Pro und M3 Max und dass das Apple jetzt schon weitergeht. Vor allem, es reduziert sich ja nicht jetzt auf den M4. Es ist ja sogar tatsächlich so, dass da angeblich ein Technologiesprung dahinter steckt, dass eben die zweite Generation der 3-Nanometer-Bauweise jetzt dem zugrunde liegt. Finde ich in der Kürze der Zeit wirklich beeindruckend. Es kommen viele Fragen auf. Es kommen so die Fragen auf, wie wirkt sich das denn auf den Mac-Absatz jetzt eigentlich aus? Also muss Apple jetzt schnell M4 nachliefern, damit das zeitgemäß aussieht? Setzen Sie das einfach aus, weil Sie sagen, bestimmte Prozessor-Generationen sind halt Geräte gattungsspezifisch. Wir sind jetzt in einer neuen Situation drin und ich glaube, wir haben noch nicht alle Antworten, wie das weitergeht. Ja, ist richtig. Und wir wissen auch noch nicht genau natürlich, wie sehr sich dieser M4 tatsächlich dann vom M3 abhebt. Also es war ja sehr interessant, dass Sie um viele Vergleiche sehr spezifisch herumgeschifft sind in der Ankündigung. Also da wurde viel mit dem M2 verglichen. Manchmal wurde irgendwie mit dem allerersten iPad verglichen, wo ich gedacht habe, ja gut, es ist jetzt schneller als das allererste iPad. Okay. Also da waren irgendwie komische Parallelen und der M3 wurde erwähnt, aber eher als Referenz, dass halt viele Architekturneuerungen, zum Beispiel was die Grafikeinheit angeht, die sind ja praktisch aus dem M3 und die sind natürlich jetzt auch im M4 anzutreffen. Und du hast es in deiner schönen Analyse ja auch schon geschrieben, dass sich natürlich die Frage aufdrängte, haben sie jetzt halt praktisch ein M3 genommen, also wirklich von der Architektur auf dem neuen Prozess natürlich und dann zugleich natürlich diese neue Display Engine, weil das ja der Kern offensichtlich ist, um halt das Display anzutreiben. Und damit haben wir halt dann jetzt einfach ein M4 und Apple kann den, ich meine, Apple hätte den auch M7 nennen können oder ist das ja letztlich, ist das ein Marketing-Name. Also da ist ja kein, dem liegt ja kein, sagen wir, wissenschaftlich fundierte Grundlage dafür. Also insofern, ich hätte es auch nicht erwartet, trotz allem, weil ich natürlich dasselbe, für mich das auch dieses Problem aufführt, dass du plötzlich, du hast ja so, die Vision Pro mit ihrem M2, die wirkt wie aus einer anderen Zeit. Also du hast ganz komische Differenzen in dem Spektrum, wenn du sagst halt, höhere Zahl ist gleich besser mit diesem simplen und Leute funktionieren ja so, ich auch. Also ich sehe M2, M3, M4, M4 ist sicher der beste Chip. Wir wissen ja auch jetzt schon, dass das auch bei den Max ja nicht stimmt, zumal wir ja die Pro-Versionen und die Max-Versionen haben und da sind ja auch Schwankungen, also wenn du irgendwie ein M2 Pro oder M2 Ultra mit dem M3 jeweils vergleichst, da hast du ja auch unterschiedliche Leistungsstufen und je nachdem, was du machst, kannst du auch einen Vorteil davon haben, einfach die M2-Generation zu benutzen, aber das ist natürlich sehr schwierig für den Endnutzer oder für den Kunden dann rauszufinden, da werden wir auch dann erstmal Benchmarks und so weiter abwarten müssen. Ich bin sehr gespannt auf jetzt dann die ersten Tests, die dann kommen werden und zeigen werden, was dieser M4-Chip tatsächlich halt zu leisten hat. Ja, also mir erscheint es, dass Apple im Moment halt einfach sehr progressiv wirken möchte und das vielleicht aus zweierlei Gründen. Zum einen, weil natürlich das Thema KI drängt und das war ja eine der Messages, dass die Neural Engine dann nochmal besser geworden ist, aber wie du ja schon gesagt hast, auch da wurde der Vergleich ja zur ersten Generation der Neural Engine gezogen. Gut kann man machen, weil seinerzeit hat sich noch nicht jeder für die Neural Engine interessiert und vielleicht kann man einfach mal dann auch diese Brücke schlagen, aber der zweite Punkt ist ja der, dass die Konkurrenz von Snapdragon und so weiter ja auch immer näher rückt und dass es dann vielleicht auch eben eine Message nach außen ist, dass Apple sagt, hey, guck mal, wir können nicht nur jährlich den Silicon vorantreiben, wir machen das jetzt sogar einen Monat nicht übertrieben gesagt, halbjährlich. Aber was sind die Kollateralschäden? Also wenn, wie das dargestellt wurde, der M4 erforderlich war, um dieses Tandem-OLED-Display zu betreiben, wäre es denn nicht sinnhaft gewesen, dann zu sagen, man benennt ihn, man macht eine eigene iPad-Linie des Apple Silicon auf, so wie man es ja eigentlich ja auch schon mal hatte. Das waren die A-Prozessoren, die immer mit einem Z oder einem X oder irgendeinem Buchstaben versehen waren und wäre es nicht jetzt geboten, eigentlich dahin zurückzukehren. Klar wäre das auch Marketing, aber es sorgt für mehr Klarheit und diese Klarheit, also wir gehen jetzt erstmal relativ unklar raus, was bedeutet das für den Mac und die Augen richten sich jetzt natürlich auf die WWDC, wo ja auch die Entwicklerkonferenz im Juni, wo ja auch Macs erwartet werden. Was kommt denn da? Und du hast so recht gesagt, die Vision Pro, die Vision Pro soll einen Erscheinungszyklus haben laut neuesten Gerüchten, das sehen wir alle drei, vier Jahre erscheint. Dann sind wir beim M8 schon oder so. Ja, das ist also, das ist ein komisches, auch bei mir im Kopf eine komische Dissonanz, zumal wir ja auch bei den Macs jetzt schon sozusagen den Vorlauf sehen, dass relativ klar ist, dass im Herbst halt auch spätestens im Herbst die ersten M4 Macs kommen, aber ich meine, ziehen sie jetzt irgendwelche Desktop Macs vor und sagen, okay, Mac Studio schieben wir jetzt plötzlich mit einem M4 Max, mit einem M4 Ultra dazwischen, um zu zeigen, wir haben den Mac nicht vergessen. Das ist ja ganz komisch, der hat ja dann M3 einfach übersprungen, also, aber ich meine, das wird sich Apple irgendwie ausdenken und zusammenreimen und wir werden dann am Schluss sehen, wie leistungsfähig sind und was die Geräte taugen und unter dem Strich, ja, muss man sich vielleicht von der Bezeichnung, von dieser Zahl auch einfach ein bisschen lösen, aber es ist natürlich interessant, dass sie es benutzt haben und sich ja auch sicher bewusst waren über diese Kollateralschäden, die sie damit auslösen und die halt bewusst auch eingegangen sind, also da wird man sich, gehe ich zumindest von aus, sehr klar darüber auch Gedanken gemacht haben und dann trotzdem dazu entschieden haben, diesen Chip einfach M4 zu nennen, der jetzt im iPad Pro steckt. Ja und gerade deshalb umso spannender die Frage, welche Strategie dahinter steckt, ne, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht in der Gänze jetzt erkennen können. Und es ist natürlich wieder das übliche Problem gewesen, das, die Schwierigkeiten, die das iPad hat, sind nicht mit der Hardware und nicht mit dem Chip verknüpft, also das iPad kämpft nicht damit, zu unter Power zu sein, zu schwach brünstig, also das iPad war schon immer, also das iPad Pro vor allem war schon immer eine extrem leistungsfähige Maschine, seit 2018 gleich zweimal und seit dem M1 iPads dann natürlich selbes Spiel und die hatten sich damals dann entschieden natürlich zu sagen, wir bezeichnen eben den oder benehmen für das iPad denselben Chip, also einen M-Chip, den wir auch eben für die Macs nehmen und signalisieren damit eben diese Leistungsfähigkeit, die wir aus Macs bekommen und gewohnt sind, aber haben halt nie die Flexibilität, die das Betriebssystem halt mitbringt, die ein klassisches Desktop-Betriebssystem halt mitbringt, die haben wir halt auf dem iPad nach wie vor nicht und das ist natürlich mit dem M4-Chip auch nicht aufgelöst, diese Dissonanz. Ja, 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 in der Tat, also ich bin wirklich gespannt, wie die Reise da weitergeht. Ja, also ich meine, vielleicht, es war ja auch, ich meine, Cook hat am Schluss ja auch Richtung WWDC mit dem Finger gezeigt und da kommen dann irgendwie noch große Neuigkeiten, wir zeigen natürlich unsere Betriebssysteme und so, also da, der nächste, da fehlen natürlich noch Elemente, die wir vielleicht dann eben in einem Monat sehen werden und, aber konntest du ein bisschen was mitnehmen, wie gut das Display ist oder wie dir das Display gefallen hat? Das OLED-Display ist wirklich fantastisch und ich muss sagen, dass, also es ist erstmal ein spürbarer Unterschied, dass es wirklich, dass man konnte es ja sehr schön sehen, weil am Nachbartisch die iPad Airs waren, die ja die alte, in Anführungszeichen, alte Display-Technologie beherbergen und insofern konnte man diesen Unterschied schon ausmachen. Richtig signifikant fand ich das vor allem mit der Nanostruktur, die das ja matt macht. Also die hat, also die wird kontrovers diskutiert, die gefällt nicht jedem, weil sie auch ja so ein bisschen den Farben, die Knalligkeit nimmt, aber dass sie eben diese Spiegelung wegmacht und wie das zum Beispiel sich auswirkt, wenn ich mir Bilder darauf anzeigen lasse, das fand ich sehr, sehr beeindruckend und auch die Schwarzwerte, also ich meine, wir kennen das ja letzten Endes ja schon von Geräten, die OLED haben, wie das dann ein Schwarz richtig schwarz erscheint. Das wird sicherlich dann für viele nochmal ein Unterschied sein, eben beim Konsumieren auch von Medieninhalten, dass man eben dann ein viel brillanteres Bild dann da auch hat. Ja, es ist vor allem erfreulich, dass es jetzt halt wirklich die neue Displaytechnik halt beide pro Modelle haben, also sowohl das 11 Zoll als auch das 13 Zoll, weil vorher war es ja dann da auch nochmal aufgeteilt und du hast halt praktisch das größte und beste Display halt nur bekommen, wenn du halt wirklich auch zum 13 oder 12,9, wenn man es den genauen Bezeichnungen des Vorgängers benutzt, zum größeren zum größeren Display gegriffen hast und deutlich teurer Display. Ja, also da bin ich auch auf dieses Display bin ich sehr gespannt. Also diese Tandem-OLED-Geschichte, die hat sich ja schon ein bisschen abgezeichnet im Vorfeld, weil LG und Samsung, die ja offensichtlich so mit als erste bewerkstelligt haben und das natürlich sehr faszinierend ist, zu sagen, wir nehmen praktisch zwei OLED-Schichten, vor allem auch teuer. Also ich meine, es ist halt um halt so um halt wirklich eine besondere, also die Helligkeit halt so hoch zu schrauben, wie du es jetzt auch vom iPhone zum Beispiel gewohnt bist, dass du HDR-Inhalte da halt sinnvoll darstellen kannst oder gut darstellen kannst und das natürlich auf diesem großen, auf einem 13 Zoll oder auf einem 11 Zoll Display zu haben, ist natürlich sicher schon sehr schöne, sehr, sehr schöne und feine Angelegenheit. Und zwar auf der Eise, sowohl für Entertainment-Fälle natürlich sowieso, aber sicher auch für die, die natürlich damit dann Film- oder Videobearbeitung machen, ist das natürlich auch ein super Schritt. Klar, also ich meine, gerade die Kreativen hat Apple da ja auch sehr stark im Blick, jetzt zum Beispiel auch mit Blick auf den Pencil und die Möglichkeit, dann da kreativ etwas anzustellen, das kommt dann natürlich, zahlt sich dort ja dann auch sehr stark aus. War noch, ist dir noch irgendwas an dem iPad Pro besonders aufgefallen? Es ist ein bisschen komisch, dass es eine Kamera verloren hat, weil man sieht es hinten gar nicht so richtig, aber das Ultra-Weitwinkel ist praktisch einfach weg, was eine interessante Entscheidung ist. Sie haben ja irgendwie den Blitz verbessert, um Dokumente abzufotografieren, was ein relativ absurder Teil der Keynote war, aber gut, ich beschwere mich nicht. Ich muss auch manchmal Dokumente einscannen, insofern gut. Weiß nicht, aber ja. Ich glaube, dass die Ultra-Weitwinkel-Kamera für viele im Anwendungsfall vor allem eben gerade dafür interessant war, eben Sachen abzufotografieren und zu archivieren und dass sie das in den Keynote reingehoben haben, um zu dokumentieren, dass dieser Wegfall jetzt nicht dann das Gerät an der Stelle dann entwertet. Also mitunter zur Hilfenahme von KI und was sie da alles da gesagt haben oder auch der Blitz. Ja, in der Tat, ich meine, wir haben im Vorfeld ja auch häufig mal gelesen und gehört von, dass die Kameras eigentlich noch deutlicher aufgewertet werden sollten in der Zukunft beim iPad und mir schien jetzt nicht das so zu sein, dass sich da jetzt dann eben technisch dann etwas sehr weit nach vorne entwickelt hat jetzt bei den Kameras. Sie haben es ja interessanterweise sogar abgeschwächt, weil im Kontext von Final Cut hast du ja jetzt diese Multicam-Option, dass du ja spezifisch das iPhone benutzt, um halt zu filmen und eben nicht, weil sie hatten ja in anderen iPad-Kinos sind ja auch schon mal Leute mit dem iPad. So, dieser Regisseur hat seinen Film mit dem iPad gefilmt. So, ja, okay. Ist vielleicht nicht so optimal. Und jetzt kommt die deutlich logischere Variante zu sagen, na gut, du benutzt halt das iPhone, wo es tatsächlich Sinn ergibt, damit ernsthaft zu filmen und spielst das dann halt entsprechend aufs iPad in einem Produktions-, in einem mobilen Produktionsworkflow aufs iPad drüber und bearbeitest dann da weiter. Ich fand das ja schon wirklich einen sehr seltenen Anwendungsfall, glaube ich, dass du dann tatsächlich dein iPad als Live-Bildmischer einsetzen möchtest und dann eben deine iPhones da connectest. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendjemand bei seiner Familienfeier das macht und das dann irgendwie dann zur Oma streamt oder so. Aber ich glaube, die Message, die daraus hervorkam, war vor allem eben zu zeigen, die Vorteile auch dieses geschlossenen Ecosystems, die Fähigkeiten des iPhones, aber eben auch ein klarer Fingerzeig in die Richtung, dass man das iPad eher so als Steuer- und Editiergerät ansieht, was jetzt diese Multimedialen oder diese Kamerageschichten angeht. Was ja auch deutlich wurde, es wurde ja auch im Vorfeld spekuliert, ob vielleicht das Event mit dem iPad aufgenommen wurde. Wurde es nicht, es wurde ja auch da gesagt, aufgenommen mit dem iPhone, editiert mit einem Mac und einem iPad, was ja auch lustig war, dass man beide so einen Atemzug dann genannt hat. Ja, da wurde das iPad noch schnell hinten dran geschrieben, aber kann man schon machen, ist glaube ich okay. ja, also ich meine, dann bleibt uns vor allem natürlich noch eine weitere der entscheidenden Neuerungen, nämlich, dass wir jetzt tatsächlich den wirklich vierten Apple Pencil im Line-Up haben, aber er kann, er kann, also ich meine, das darf man eben nicht absprechen, er kann tatsächlich mehr, weil du hast ihn ja offensichtlich auch schon ausprobiert, was war da so der Erstkontakt mit dem neuen Pencil Pro, er hat ja jetzt auch das schöne, schöne Beiwort Pro bekommen. Profi-Fähigkeiten, genau. Ja, ich wäre ja eigentlich so dreist zu sagen, jetzt ist er eigentlich wirklich ein digitaler Stift geworden, weil er eben tatsächlich ja eben nicht nur ein Gegenstand ist, der auf dem Bildschirm was malt, sondern eben auch selber in der Lage ist, dir ein Feedback zu geben, indem er dich zum Beispiel antippt, wenn du jetzt ihn zusammenquetscht und beziehungsweise du das Gefühl hast, dass du eben tatsächlich so ein bisschen zusammenquetschen kannst, obwohl er festbleibt. Das funktioniert sehr gut, das fühlt sich wirklich sehr echt an, diese Squeeze-Funktion und auch diese Möglichkeit mit dem Gyroskop, dass du zum Beispiel so Pinsel hast, die jetzt schmal und lang sind und dass du diesen Pinselverlauf dann entsprechend dann machen kannst. Künstler werden es wahrscheinlich lieben. Im Moment finde ich, dass tatsächlich noch vergleichsweise wenig draus gemacht wird, was dieser Pencil letztendlich bewirken kann. Ich gehe fest davon aus, dass im iPadOS 18 das Thema Pencil auch nochmal in irgendeiner Art und Weise aufkommen wird und dass Apple das da jetzt nicht vorgreifen wollte, wenngleich wir es uns alle gewünscht hätten. Du hast einen ganz zentralen Punkt angesprochen, der ja auch im Vorfeld die Hoffnung war, nämlich, dass das Pencil-Line-Up, was ja zuletzt durch diese USB-C-Variante komplizierter geworden ist, dass das irgendwie vereinfacht wird. Ja, also aus der Hoffnung, dass dieses Pencil-Line-Up in irgendeiner Form sich klarer abzeichnet, sind wir wirklich komplett rausgeraten. Und es ist ja zusätzlich die ungünstige Situation eingetreten, dass wenn du das Vorgängermodell von einem dieser iPads hattest und dir jetzt ein neues iPad kaufst, nämlich egal ob iPad Air oder iPad Pro, du deinen alten Apple Pencil, den alten in Anführungszeichen Apple Pencil 2 jetzt nicht mehr mit den neuen iPads benutzen kannst, sondern du brauchst eben für die neuen iPads auch den neuen Apple Pencil Pro oder den Apple Pencil USB-C. Und da sind wir natürlich bei der Problematik, dass durch diese Verlagerung der Kamera an die Längsseite und der Änderung der induktiven Lademagneten, wie auch immer sie es konstruiert haben, halt auch die Konstruktion des Pencils sich geändert hat. Das heißt, du kriegst offensichtlich den Pencil 2 an den neuen iPads nicht geladen. Zumindest gehe ich davon aus. Und damit scheint der irgendwie gar nicht mehr funktionsfähig, weil da auch das Pairing erfolgt ja über das Andocken an der Seite. Insofern sind wir jetzt in der Situation, dass wir halt einfach wirklich tatsächlich vier Pencils haben. Und klarer macht es das definitiv nicht. Ich meine, du kannst immer sagen, eigentlich natürlich, wenn du jetzt eins von den modernen iPads hast, nimmst du halt entweder sozusagen einen teureren Pencil oder nimmst halt den USB-C Pencil als billigeren Pencil und hast halt ein paar Funktionen nicht, vor allem halt die Drucksensitivität. Ansonsten ist der mehr oder weniger ja derselbe Stift. Aber die Pro-Variante, das Erfreuliche an dem Apple Pencil Pro zu der positiven Seite zu kommen, ist, dass er halt nicht teurer geworden ist, sondern der hat genau dieses Preis, sowieso schon relativ hohe Preislevel vom Apple Pencil 2 jetzt einfach gehalten und kostet plus minus 150 Euro in Deutschland. Und damit hat er aber von den Funktionen, die du ja gerade schon beschrieben hast, bietet er ja definitiv einen deutlichen Mehrwert. Aber du brauchst natürlich eben auch die neueste Hardware dazu. Also kannst du ja den Pro Pencil halt eben auch nicht für dein älteres iPad nachkaufen. Auch das funktioniert halt nicht. Es ist einfach die Situation. Die Pencil-Situation bleibt verworren. Ja, es hat augenscheinlich keine Priorität für Apple dafür zu sorgen, dass jetzt Zubehörgeräte wie der Pencil, aber das gilt ja für das Keyboard analog ja ein Stück weit auch, dass die halt Modellwechsel überdauern, dass du dann die möglichst lange noch weiterverwenden kannst, wenn du den Rest des Gerätes, also das eigentliche Gerät dann immer austauscht. Sondern dass es eben wirklich zugeschnitten ist. Da gibt es natürlich sehr handfeste Gründe dafür. Ich meine, bei den Wechselzyklen, die viele haben beim iPad, ist es sicherlich auch so, dass dann eben auch die Technologie generell einen Sprung gemacht hat. Aber es ist natürlich, du hast es ja gesagt, viele Funktionalitäten sind ja dann doch relativ ähnlich, obwohl wir über einen sehr langen Pencil-Zeitraum mittlerweile sprechen. Das Aussehen des Pencils hat sich ja auch nicht signifikant verändert in der Zeit. Also es lässt mich so ein bisschen ja ambivalent zurück. Also auf der einen Seite kann ich Apple verstehen und auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, ob sie das Maximum an Engagement zeigen, um beim Zubehör mal etwas mehr Nachhaltigkeit da zu schaffen. Ja, da kann man tatsächlich, ja, es ist halt die Frage, wie viele Leute am Schluss reinrennen, weil die Zahl der Leute, die wahrscheinlich wirklich von einem zum nächsten, also sozusagen jede iPad-Generation mitgehen, die wird wahrscheinlich relativ überschaubar sein. Aber es ist natürlich was, dass man, es ist schon ärgerlich, sich ein Pencil neu kaufen zu müssen, nur wenn man von einem iPad, von einer iPad-Generation zur nächsten wechselt. Aber ja, an einem Punkt bricht es halt immer. Es ist nur faszinierend zu beobachten. Immerhin haben sie an einer anderen Stelle im iPad-Line-Up zumindest etwas aufgeräumt, nämlich ganz unten. Und so am Rande dieser ganzen Veranstaltung ist ja einfach das Einstiegs-iPad geändert worden in dem Moment, in dem sie jetzt gesagt haben, dieses iPad 9, also was ja noch als altes, wirklich als letztes altes iPad, so richtig klassisch mit Homebutton und der vollen Breitseite und also wirklich aus einer anderen Zeit letztlich im Programm verblieben ist. Das ist jetzt rausgeflogen und es ist nicht einfach nur rausgeflogen, sondern sie haben tatsächlich den Preis des iPad 10 auf genau diesen Preis gedrückt, den sie vorher halt für das iPad 9 genommen haben. Also das kostet in Deutschland jetzt glaube ich 430 Euro. Man kann dann hoffen, dass es im Handel mal unter, deutlich unter die 400 Euro Marke früher oder später fällt. Und dafür ist es dann, das iPad 10 wohlgemerkt, ist dann für diesen Preis für unter 400 Euro, denke ich, endlich mal wieder ein sehr attraktives Einstiegs-iPad. Also das darf man glaube ich nicht vergessen, auch wenn es jetzt halt aus Herbst 2022 ist und es von der Hardware sich ja nichts geändert hat fürs Erste und dann vielleicht wir auch keine größeren Sprünge in diesem Jahr sehen. Vielleicht machen sie ein bisschen Chip-Upgrade oder sowas, aber das iPad-Lineup so ist dann ein bisschen stimmiger. Du hast ein sehr attraktives Basismodell, wo das iPad immer gut und wichtig positioniert war eigentlich, weil das halt einfach, eigentlich ist das ein Gerät, wo du sagst, so wie das, ich meine, bei mir hängt da auch noch das erste iPad natürlich, das war irgendwie ja so bahnbrechend, dass das damals dieser clevere Schritt war, dass es so vorher so, es könnte 1000 Dollar kosten und dann kam Steve Jobs auf die Bühne und sagt, es kostet 500 Dollar und alle so, oh, fantastisch. Ja, und seitdem ist aber auch dieser Preis, ein iPad kostet irgendwie bis zu 500 Euro und da ist obere Ende und von den Zeiten sind wir ja längst entfernt, aber es ist halt wichtig, dass dieses Basismodell da bleibt und das irgendwie am besten irgendwie 400 Euro da drunter, das ist natürlich schon und das iPad 10 ist ein schönes iPad, also man kann dem, ich finde, das ist ein tolles, also tolles Einstiegsmodell, es war nur bisher zu teuer und jetzt ist es, glaube ich, so, dass man sagen kann, gut. Ja, ich habe den Eindruck, dass Erschwinglichkeit wurde zuletzt immer gleichgesetzt für den Bildungsbereich, also dass da eben dieses iPad der neunten Generation auch noch da behalten wurde, einfach wenn das Budget nicht mehr hergibt und dass man da überhaupt noch als Apple einen Fuß in die Tür bekommt, aber dass es nicht die oberste Prämisse ist, wie es damals war, diesen Entry Point zum iPad generell eben offen zu halten und ich glaube, dass das mit Blick auf den Marktanteil des iPads sehr schlau ist, also überhaupt auf den Geschmack zu kommen des iPads ist eigentlich jetzt so, viele Jahre nach seinem Start umso wichtiger denn je, weil ich nämlich nicht den Eindruck habe, dass jedem das so klar ist, dass ein iPad für ihn oder sie jetzt wirklich als Gerät auch in Betracht kommt und das spiegelt sich ja auch in Apples Umsatzzahlen wieder. Also klar, die sind geprägt 2022 vor davon, dass es kein neues Modell gab, aber nichtsdestotrotz dokumentieren sie aber auch, dass das iPad ja eigentlich eine Nische ist und dass sie von Variables und dem Mac überholt wurden. Ja, und das ist halt, das ist halt jetzt der große Elefant, der natürlich auch im Raum steht am Schluss, weil wenn wir uns dieses Line-Up jetzt anschauen, wenn wir mal den Pencil ausklammern mit seinen vier Variationen, das jetzt doch klarere Line-Up anschauen, was ein schönes Line-Up eigentlich ist, aber in dem Moment, in dem du halt jedes iPad nimmst und dir dann, also als jemand, der ein Laptop möchte unterm Strich und dir dieses iPad nimmst und dir halt eine Tastatur dazu konfigurierst und halt sagst, ich nehme halt immer auch sozusagen das Magic Keyboard oder das Pendant halt für das iPad 10 und dann bist du halt sofort in Preisregionen, in denen du immer ein bestimmtes MacBook auch bekommen würdest. Also wenn du das iPad Air mit einem Magic Keyboard nimmst, kannst du dir ein MacBook Air kaufen und wenn du dir das iPad Pro mit einem Magic Keyboard konfigurierst, dann bist du praktisch wirklich im MacBook Pro Preis-Territorium. Also du bist an der 2.000 Euro, gerade wenn du das 13 Zoll nimmst, bist du schnell bei 2.000 Euro aufwärts und dann stelle ich mir halt am Schluss dann doch die Frage, wenn du wirklich vor der Entscheidung, ich meine, klar, mancher steht halt vor der Entscheidung nicht und kauft sich einfach beide und Apple freut sich, weil zwei Geräte verkauft wurden und ich meine, wir sammeln hier alle hier iPads und Macs an, aber ich meine, es gibt auch Leute, die werden einfach sich entscheiden müssen, kaufe ich mir das eine und kaufe ich mir das andere und dann finde ich es unglaublich schwierig, auch zumindest für mich auch eine Entscheidungshilfe zu geben, weil der Mac bietet so viel Flexibilität und so viele Sachen, die du mit dem machen kannst. Auf der anderen Seite hat das iPad natürlich auch klare Vorzüge. Also es ist ja nicht so, man kann dem iPad ja nicht absprechen, dass es einen ganz eigenen Reiz für ganz spezifische Sachen, auch eine fantastische Hardware in vielerlei Hinsicht ist und ich weiß nicht, wie wir das auflösen sollen, diesen Punkt. Es ist in der Tat eine ganz komplexe Gemengelage, weil die Kritikpunkte am iPad gleichzeitig seine Vorzüge sind, aber wiederum bei der Preisgestaltung keinerlei Berücksichtigung finden. Also Apple könnte ja theoretisch jetzt sagen, das iPad bietet einem jetzt eben nicht das Multitasking und einige Möglichkeiten, die der Mac bietet. Also es ist keine vollwertige Mac-Alternative, also müsste der Preis dann runtergesetzt werden. Dann hätte es einen ganz anderen Charme. Wenn man den Preis auf Höhe des Macs sieht, müsste man eigentlich aber gleichziehen. Da müsste man zumindest bei den Pro-Geräten eben schauen, dass man iPadOS entsprechend aufbohrt. Dann verliert aber iPadOS, das iPad an sich wieder eben seine Einfachheit ein Stück weit. Also das ist irgendwie ein Teufelskreis, aus dem ich jetzt auch, ich wüsste wie Apple, da ganz elegant rauskomme. Aber ich habe den Eindruck, dass sie einmal mehr eben diese Entscheidung der Vision für das iPad ein wenig vor sich her schieben. Also jedes Mal, wenn wir mit dem iPad zu tun haben, wartet man ja eigentlich auf den Moment, wo Apple mal sagt, okay, so und so viele Jahre nach dem iPad, das mal angetreten ist, den Mac, den mobilen Mac eigentlich abzulösen, sind wir jetzt in einer Weggabelung und wir entscheiden uns jetzt entweder für links oder rechts. Das wäre jetzt so ein Moment gewesen, der ist verstrichen. Die WWDC mit iPadOS 18 ist vielleicht der nächste mögliche Moment, wo sie sagen können, wir haben jetzt diese Hardware und wir haben uns erdacht, wir möchten in die Richtung mit dem iPad gehen in Zukunft, für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Ja, es ist wirklich schwierig, weil immer wieder, wenn man das Gefühl hatte, dass Apple diese Signale gibt, wurden die am Schluss nicht erfüllt. Also das war damals das Signal, wir bauen halt den M1 ins iPad und dann kam halt nichts hinterher. Da war halt einfach ein M1 drin. Okay, das war es halt. Und jetzt ist das Signal halt, wir bauen diesen M4, den es nicht im Mac gibt, bauen wir einfach ins iPad Pro. Kommt da iPadOS 18? Also ich werde meine Erwartungen sehr tief setzen, weil mich das iPad in den letzten fünf Jahren kontinuierlich enttäuscht hat, an jedem Punkt, in jedem Schritt. Und das ist eigentlich schade, weil ich immer versucht habe, das iPad etwas zu machen, was es halt nicht ist. Und vielleicht ist tatsächlich irgendwann der Punkt gekommen, um zu sagen, entweder ich akzeptiere das iPad für das, was es ist und nehme das so, wie es ist und nehme das mit seinen Vorteilen, aber eben auch seinen Nachteilen und versuche es halt nicht zu einem Mac zu machen, der es nun mal halt nicht ist. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen kann, dass es mich enttäuscht hat, aber ich glaube schon, dass das iPad in hohem Maße ein Gerät ist, auf das man sich einlassen muss. Und das anders als der Mac und das iPhone, die sich stark an die Nutzerbedürfnisse anschmiegen, eben erfordert, dass du wirklich dann deine Beziehung dazu aufbaust, wie es ist. Und ich glaube, deshalb haben wir auch diese Polarisierung beim iPad so stark. Du hast ja wirklich die Leute, die ganz fasziniert sind von ihrem Gerät, die das abgöttisch lieben, auch zum Beispiel jetzt im Kontext von Kreativität nutzen. Und du hast auf der anderen Seite die größten Kritiker, die sagen, ja, irgendwie hat das keine Struktur, irgendwie fehlen da viele Möglichkeiten, die man eigentlich gerade unter dem Oberbegriff Pro eben erwarten würde. Und ja, aber ich glaube, all das geht letzten Endes zurück eben auf diese Gemengelagen, der Apple da jetzt schon sehr lange steckt und die sie auch immer wieder fortschreiben. Ja, schauen wir mal, ob uns iPadOS 18 zumindest einen Schritt weiterbringt. Und ich meine, daneben ist auch noch die EU, die jetzt ja auch an iPadOS noch rumdoktert und gesagt hat, okay, bitte aufmachen, bitte alternative App-Läden und Side-Loading und alles draufwerfen. Auch das könnte ja natürlich eine Veränderung beim iPad bringen, einfach weil der Software-Markt sich in irgendeiner Form verändert. Wissen wir nicht? Fragezeichen. Ich bin tendenziell froh, dass es ein offeneres System wird, was also ich meine, iOS sowieso zwangsläufig in Europa jetzt werden wird. Wäre komisch gewesen, da auch noch so eine Spaltung zu haben, dass das iPad diesen Weg nicht mitgeht. Also das hätte auch viele Sachen noch komplexer gemacht, halt was die App-Verfügbarkeit angeht und dieses ganze Chaos, was jetzt sowieso schon durch diese Funktionen hast du in 27 EU-Ländern und nicht mehr, wenn du 30 Tage in den USA bist und so weiter. Also das ist ja unglücklich und das, ja, deshalb haben wir wenigstens dann das iPad unter denselben Regeln, was zumindest die EU angeht. Ja, aber das gehörte halt auch zu den Themen, die Apple natürlich gar nicht angesprochen hat, jetzt dann eben auf diesem Event, obwohl es in Europa ja nun maßgeblich stattgefunden hat. Ja, ja. Aber die Breten sind da, die sind ja da fein raus. Deshalb fühlt die Apple sich wahrscheinlich auch so wohl dann da. Hast du denn noch irgendwas mitgenommen vor Ort, wo du sagst, ach, das war interessant oder irgendein Detail, was dich fasziniert oder begeistert hat von dir ganz gut? Ja, es war natürlich interessant. Zwei Sachen sind mir da besonders jetzt in Erinnerung geblieben beziehungsweise waren halt Thema. Das eine ist, dass es ja sehr prominent besetzt war auch von Apples Chefspitze. Es waren ja einerseits Greg Josviak hier, der Marketingchef, der hat so ein bisschen eingeleitet, dieses Event und hat dann auch noch so eine Abschlussmoderation gemacht. Und John Ternis war auch hier der Hardware-Chef, der ja auch im Video eine maßgebliche Rolle gespielt hat. Der kam ganz überraschend am Ende auf die Bühne. Alle waren schon am Wegstürmen und wollten die Hands-on-Area. Und dann hatte Jaws nochmal eben ein paar nette Worte an das Auditorium gerichtet. Da blieben nur einige stehen und guckten, oh, was sagt er denn? Und dann kam plötzlich Ternis auf die Bühne. Das war schon recht überraschend. Ein Punkt, der natürlich hier sehr stark als Gerücht gehandelt wurde im Vorfeld, auch mit Blick darauf, dass ja eben auch aus dem asiatischen Raum viele Journalistinnen und Journalisten eingeladen wurden, war, ist das hier verknüpft mit der Öffnung der Vision Pro für weitere Weltregionen. Der Verdacht lag ja wirklich extrem nahe, angesichts der Konstellation, die man jetzt hier hatte. Und witzigerweise, die Vision Pro hat ja bis auf diese kurze Erwähnung am Anfang mit den Business-Aspekten, die wir auch aus einer Pressemitteilung ja schon kannten, ja, mit Porsche und so als Anwendungsfall, spielte überhaupt gar keine Rolle. Also das ist auch so ein offenes Rätsel, mit dem wir jetzt hier rausgegangen sind. Wann und wie wird es denn mit der Vision Pro weitergehen, weil ja zuletzt auch die Rede davon war, dass ja schon entweder zu oder vor der WWDC in weitere Märkte gebracht wird. Ja, also da kam ja wirklich gar nichts Greifbares. Ich fand es ganz lustig, dass sie in einer Sequenz des Veranstaltungsvideos im Hintergrund einen Mitarbeiter mit Vision Pro hingesetzt haben. Ich glaube, da in dem Chip-Studio vom Herrn Millet, der mit den M4 vorgestellt hat, da war einer mit der Vision Pro tätig und hat offensichtlich Chips designt oder weiß nicht, was gemacht. Auf jeden Fall ein kleines Product-Placement gibt es auch bei Apple in Apples Werbeveranstaltung gab es noch ein Product-Placement für die Vision Pro. Also insofern, ja, aber dass Tim Cook nochmal drauf eingegangen ist am Anfang, ohne da irgendwas zuzusagen, fand ich auch interessant, dass sie das dann einfach praktisch übergangen haben. Also ich weiß nicht, ob sie es dann nochmal getrennt machen oder ob wir das einfach in diesem Staat außerhalb der USA dann einfach nach. Also ich glaube, es zeichnet sich, also man fühlt, dass da Bewegung ist, man sieht, dass da die Sachen, die Vorbereitungen laufen die Frage ist halt nur, wann passiert das und ob es jetzt dann tatsächlich vielleicht noch im Mai passiert ist, ist echt sehr unklar. Vielleicht ist es dann halt auch, vielleicht kündigen sie es einfach zur WWDC an. Ich meine, da ist ja auch, ist ja viel Spielraum natürlich auch. Ja, es gab ja auch die These, dass ja vielleicht das neue Zubehör mit Blick auf die Vision Pro eine Rolle spielen könnte. Der Pencil allen voran, das Magic Keyboard wäre vielleicht auch geeignet gewesen, eben ein Zubehörteil für die Vision Pro zu sein. Aber auch das hat ja nicht stattgefunden. Also auch da gab es jetzt keine Impulse. Generell ist das iPad ja sehr, mehr als noch das iPhone ja verbunden mit der Vision Pro, weil ja eben die iPad-Apps ja dort eben auch dann, wenn man ganz keine Vision Pro-App nativ gibt, dann ja auch eingesetzt werden. Also ich sage mal, der Verdacht, dass die Vision Pro vielleicht mehr eine Rolle spielen könnte, jenseits von Europa und China und Marktöffnung, war ja nicht ganz von der Hand zu weisen. Aber ja, das, Apple lässt uns ein bisschen zurück mit diesen Meldungen, die wir aus der Zulieferkette in letzter Zeit immer kriegen, die ja eher so ein pessimistisches Bild zeichnen. Einerseits, was den Absatz angeht und auf der anderen Seite aber eben auch, was die Frage angeht, wie Apples Roadmap aussieht, das Produkt weiterzuentwickeln. Ja, ich meine, die iPads werden uns sicher nochmal beschäftigen, wenn wir diese Geräte im Test hatten. Also das Thema begleitet uns sicher noch länger und sie werden uns natürlich vor allem auch betriebssystemseitig natürlich begleiten, wenn dann WWDC ist und wir uns anschauen, was Apple da vorstellt Richtung iOS 18 und natürlich auch iPadOS 18. Ja, Malte, ich glaube, wir machen mal Feierabend. Wir nehmen heute zu ungewohnt später Stunde auf und du bist schon lange auf den Beinen. Ich bin nicht ganz so lange auf den Beinen, aber auch schon ein bisschen und ich glaube, das ist ein guter Punkt, um Gute Nacht zu sagen. Allerdings, also ich meine, man soll ja nie im Podcast Gute Nacht sagen, weil es ja sein kann, dass er zum Frühstück gehört wird, aber tatsächlich war es ein sehr langer Apple-Tag und ja, das war jetzt der Gründe abschließend. Dann einen guten Morgen an die Frühstücker und eine gute Nacht an dich. Genau, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.